Hallo meine Süßen, heute möchte ich euch ein ganz besonderes Kleid vorstellen aus der Elysee Kollektion, dieses wunderschöne Fit & Flair Kleid. Und der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Am 18. und 19. November haben wir hier im Haus die Elysee Trunk Show. Bedeutet, die gesamte Kollektion 23 wartet auf euch. Und unter anderem auch dieses wunderschöne Kleid zeichnet sich aus durch eine zarte Transparenz, die Sexiness und Eleganz mitbringt. Eine wunderschöne Spitze, die sich durch das gesamte Kleid zieht und endet in dieser traumhaft schönen Schleppe, die mit Transparenz bearbeitet ist. Ich bin gespannt, was du zu diesem Traumkleid sagst. Wäre das ein Look für deine Traumhochzeit? Ich freue mich über euer Feedback. Abonniert uns und vereinbare deinen Termin.